Ein unprofessioneller Auftritt in Suchmaschinen wie Google oder auf Social Media Plattformen wie Facebook schreckt potenzielle Kunden sofort ab. Und trotzdem wird das Thema von Online-Shops häufig vernachlässigt. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du einen Titel und eine Meta-Beschreibung für Suchmaschinen und ein Bild für Social Media hinzufügst. So wirkt deine Marke professionell, wenn du beispielsweise Links teilst. Zudem zeigen wir dir, wie du dein Passwort entfernst oder änderst und einen Spam-Shorts im Checkout hinzufügst. Let's go! Wir befinden uns hier wieder im Shopify-Admin-Bereich. Und um jetzt zu den Konfigurationen zu kommen, klickst du links auf Online-Shop und dann unten auf Konfiguration. Und wie du siehst, existieren hier relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir gehen einfach Step-by-Step von oben nach unten durch. Und wir starten ganz oben beim Thema Titel und Meta-Beschreibung. Und das ist direkt ein sehr wichtiges Thema, weil das bestimmt, wie dein Shop in den Suchmaschinen angezeigt wird. Damit wir jetzt nicht lange rum überlegen, was wir bei Titel und Meta-Beschreibung eintickern, habe ich das mal vorbereitet und kopiere das rüber. So, wir haben jetzt als Titel der Startseite Coffee is Live, ein Ort für Kaffee-Liebhaber und als Meta-Beschreibung der Startseite. In diesem Kaffeeshop findest du alles rund um Kaffee, von Bohnen über Kaffeemaschinen bis hin zu Kaffeebechern. Hier ist für jeden Kaffee-Liebhaber etwas dabei. Worauf du achten solltest, wenn du diese Meta-Beschreibung und den Titel verfasst, pack die wichtigsten Keywords da rein. Wir haben jetzt hier beispielsweise Kaffeeshop, wir haben Bohnen, Kaffeemaschinen, Kaffeebecher, Kaffee-Liebhaber mit dabei. Und wir haben natürlich unser Brand-Keyword, Kaffee is Live, im Titel. Als nächstes gehen wir hin und fügen ein Social-Sharing-Bild ein. Und hier ist einmal ganz wichtig zu verstehen, dass für alle kostenlosen Themes folgendes gilt. Wenn du nämlich einen Link in den sozialen Medien teilst, dann wird immer das Feature-Bild von dieser entsprechenden Seite genommen. Bei einer Produktseite beispielsweise wird immer das Produktbild genommen. Die Startseite und die Über-uns-Seite haben aber nicht so ein Feature-Bild. Und in den Fällen wird dann immer auf dieses Social-Sharing-Bild zurückgegriffen, was du hier hinterlegst. Und das machen wir an dieser Stelle auch. Fügen ein Bild hinzu. Hier oben haben wir das vorbereitet. Social-Media-Bild hinzufügen. Achtet auf jeden Fall nochmal drauf. Shopify hat hier eine empfohlene Größe angegeben von 1000 x 628 Pixel. Haltet euch auf jeden Fall dran. Weil nur so wird euer Bild in den sozialen Medien auch ganz gut und sauber angezeigt. Als nächstes haben wir die beiden Punkte Google Analytics und Facebook Pixel. Das ist nochmal ein sehr umfangreiches Thema. Deswegen haben wir gesagt, wir machen da nochmal ein separates Tutorial zu. Das verlinken wir euch oben in der Ecke. Als nächstes haben wir das Thema Passwortschutz. Ihr habt das ja gemerkt, von Anfang an ist euer Shop erstmal passwortgeschützt. Das heißt, Leute, die auf eure Domain kommen, die kommen in euren Shop gar nicht rein, wenn sie das Passwort nicht haben. An dieser Stelle kannst du jetzt hingehen und kannst das Passwort entweder deaktivieren. Das würdest du dann machen, wenn du bereit bist und deinen Shop live stellen willst. Oder du kannst dein Passwort ändern. Eine weitere Sache, die du hier machen kannst, ist, dass du noch eine Nachricht für deine Besucher hinterlegen kannst. Die wird dann auf deiner Passwortseite angezeigt. Wir befinden uns ja jetzt gerade noch im Aufbau von dem ganzen Shop. Deswegen belasten wir es erstmal dabei. Das Passwort bleibt aktiviert und eine Nachricht an die Besucher brauchen wir auch nicht. Zu guter Letzt kommt hier noch das Thema Spamschutz. Hier kannst du hingehen und Google Recapture für den Checkout aktivieren. Jetzt fragen sich vielleicht einige unter euch, was ist das überhaupt, dieses Google Recapture? Und das ist relativ easy erklärt. Also es ist einfach ein Service von Google, der deinen Shop vor Spam und Missbrauch schützt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selbst online schon mal unterwegs wart, in Online-Stores oder teilweise ist das auch in Foren der Fall. Dann müsst ihr, bevor ihr irgendeine Aktion durchführen könnt, müsst ihr sagen, ich bin kein Roboter. Das müsst ihr dann anklicken. Das ist so die einfachste Form von Google Recapture. Teilweise ist es dann auch noch so, dass dann so Kacheln erscheinen. Und ihr müsst sagen, in den Kacheln, wo befinden sich da Autos oder wo befinden sich da Ampeln? Und das sind so Mini-Rätsel, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Die sind für einen Menschen sehr, sehr einfach zu lösen. Für einen Bot oder auch für schadhafte Software ist das allerdings nahezu unmöglich, sowas zu lösen. Und deswegen wird dadurch verhindert, dass Bots oder Schadsoftware bei euch überhaupt irgendwas anstellen können im Checkout. Wir empfehlen euch, lasst es erstmal deaktiviert, weil es ist natürlich für normale User, ist es ein bisschen nervig, das noch zu machen. Und das anklicken zu müssen, ist einfach ein weiterer Klick, der die Leute davon abhält, wirklich am Ende auf jetzt kaufen zu klicken. Wenn ihr wirklich merkt, dass ihr Probleme habt mit Bot-Traffic bei euch im Checkout, dann geht auf jeden Fall hin und aktiviert das nochmal. Soweit haben wir dann jetzt alles gemacht. Wir klicken jetzt oben auf Speichern und haben damit die kompletten Einstellungen einmal gesichert. Wir hoffen, dir hat das Video geholfen. Falls du noch offene Fragen hast, stell sie einfach unten in den Kommentaren. Und wie immer am Ende von YouTube-Videos liken, Channel abonnieren, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.